Diesen Fehler darfst du auf gar keinen Fall machen, mein Lieber. Welchen Fehler ich meine und wie du beim Chatten eine Frau nicht vor den Kopf stößt, sodass sie dann ganz schnell das Weite sucht, das werden wir dir jetzt sagen. Herzlich willkommen im Freundinnenfinden-Podcast, wo du den peinlichen Fehler jetzt lernst, den du vermeiden solltest und natürlich herausfindest, wie du als Mann mit Herz die Frauen anziehst und auch behältst, die du wirklich willst. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst und natürlich wird dann wieder mit dabei unser Kollege Dominik van Aave, unser Experte für Selbstbewusstsein. Yes! Und diesen Fehler machen tatsächlich 99% aller Männer und in dieser Folge zeigen wir dir, was der Fehler ist und wie du zu dem 1% der Männer wirst, der diesen Fehler nicht mehr macht und dadurch ganz spielerisch leicht Frauen in sein Leben zieht. Richtig, mit Beispielen, mit Chatbeispielen, damit du weißt, was für Dinge du stattdessen lieber schreiben solltest oder sagen solltest. Also lass uns loslegen. Wenn du mit deinen Freunden anders chattest als mit einer Frau, dann ist das einfach ein riesen Alarmzeichen. Da läuten bei mir alle Alarmglocken, weil das sehen wir sehr häufig, wenn Männer dann Chatverläufe posten bei uns in der Gruppe und sie schreiben einfach, die Frau hat einen Satz geschrieben und der Mann schreibt so einen Roman zurück. Die Frau antwortet mit einer Zeile und der Mann antwortet mit einer halben Seite. Und es ist einfach nicht natürlich. Es ist ein ganz anderes Verhalten, Dominik, was natürlich nicht dieser Mann an den Tag legt, wenn er mit einem Kumpel schreibt. Dann wissen wir ja, das haben wir ja oft in den Vergleich gemacht, dann ist der Austausch viel kürzer. Dann schreibst du mal eine Frage, einen Satz, ein Wort, manchmal auch nur okay und dann antwortet dein Kumpel wieder mit einem Satz oder mit einem Wort. Oder halt auch nicht. Aber aus irgendeinem Grund. Oder nicht und dann ist es auch okay. Oder er antwortet halt nicht und das ist halt auch okay, weil so funktioniert halt eine Textkommunikation oder auch wenn wir das im echten Leben haben, wenn ihr auf einer Party seid oder ihr seid irgendwie auf einem sozialen Event irgendwo, wo einfach mehrere Menschen sind, dann redest du auch nur mal kurz mit deinem Kumpel, zeigst ihm mal so, guck mal da vorne, die Bar ist offen. Okay, cool, sagt er dann. Und nichts weiter. So, das heißt, bei deinen Kumpels, bei anderen Menschen und so weiter ist das Gespräch völlig normal und da findest du auch Worte und Dinge, die du sagen kannst und Themen, über die du sprechen kannst. Aber wenn du mit dieser Frau schreibst und sie dann zum Beispiel anschreibst, nachdem ihr euch dann kennengelernt habt, wir haben das so oft in den Chats von den Männern, wenn die, wenn sie irgendwie jetzt die Nummer oder Instagram bekommen haben von dem Mädel am letzten Abend, dann schreiben sie oft so, hey Sabrina, wie war die Party? Ich hoffe, du bist noch gut nach Hause gekommen, war ja ganz witzig mit dir, liebe Grüße, Thomas, was auch immer. Und dann wundern sie sich erstens, okay, hier ist der Chat, hier ist mein Anschreiben an sie, so habe ich sie gestern kennengelernt, warum schreibt sie nicht zurück? Oder auch so, dann kommt so die Antwort von ihr, ja, war gut, danke. Und dann ist die Frage oft, okay, was soll ich jetzt sagen, wie kann ich das Gespräch wieder aufgreifen? Und das Problem ist einfach, und da greifen wir jetzt eine ganze Menge vor im Prinzip, aber das ist auch nichts Neues für dich, wenn du den Podcast schon länger verfolgst, du willst etwas und sie nicht. Und wir glauben dann sehr oft, dass wenn wir halt so viel schreiben, dass wir ihr dann zeigen, signalisieren, dass wir es ernst meinen mit ihr, dass wir ein guter Junge sind. Und all das führt dann genau eben zu dem Nicht, was wir wollen oder was wir erreichen wollen, dass sie auch an uns interessiert ist, sondern genau zum Gegenteil. Ja, wenn dieses Sprichwort, das hat einfach eine Validität hier. Wenn du sie wie einen Star behandelst, dann behandelt sie dich wie einen Fan. Okay. Dieses sinnbildliche Sprichwort sorgt dafür, dass aber auch eine Gegenreaktion kommt und dass viele Männer dann anfangen, sie wie einen Fan zu behandeln und halt absichtlich in die Gegenreaktion zu gehen und zu sagen, okay, dann ignoriere ich sie komplett oder ich ignoriere alle Frauen komplett und dann kommen wir in ganz ungesunde Sphären. Nein, was das bedeutet, ist, wenn du mit jemandem auf Augenhöhe kommunizieren willst, also wenn du eine Partnerin haben möchtest, mit der du auf Augenhöhe kommunizierst, wo keiner dem anderen hinterher rennt, wo keiner irgendwie den Clown spielen muss, keiner das Äffchen sein muss, dann musst du dich von Anfang an auch so präsentieren als derjenige, der das erwartet, der eine Konversation auf Augenhöhe erwartet. Und wenn deine allererste Nachricht, ja, Doomsday-Szenario, wenn die allererste Nachricht schon zeigt, ich bin bereit, die gesamte Arbeit dieser Konversation auf mich zu nehmen, ich werde jetzt hier sieben Sätze schreiben, damit du siehst, dass ich mir Mühe gebe, damit ich hier in Vorleistung gehe und ich mir ganz, ganz, ganz viel Mühe gebe, wie du gesagt hast, guck mal, ich bin ein guter Junge, dann wird sie nicht dieselbe Mühe geben müssen, weil sie sieht, er macht sich ja schon die ganze Mühe. Und das ist eine menschliche Reaktion. Es ist nicht nur normal, dass dann dein Gegenüber sich nicht mehr so viel Mühe gibt, es ist sogar eher eine, du darfst es so auch als Schutzhaltung verstehen, weil warum gibt jemand sich denn so viel Mühe? Wir als Menschen, wenn jemand sich außergewöhnlich verhält, dann, hey, das ist eine menschliche Reaktion, dann haben wir erst mal, dann sind wir erst mal verdutzt. Warum gibt er sich so viel Mühe? Was ist seine Agenda? Was will der von mir? Und dann nehmen wir einen Schritt zurück und nehmen die Beobachtungshaltung ein, schauen uns das Ganze erst mal von der Weite an. Und deswegen kommt dann so eine einsilbige, einzeilige Antwort. War ganz gut. Sie wartet quasi ab, mit wem habe ich es denn jetzt zu tun? Und die Strategie, dass du dann derjenige bist, der für den Rest eurer Bekanntschaft immer 110, 120, 200 Prozent geben muss und sie nur 5 Prozent, das lässt sich nicht aufrechterhalten, das weißt du ja, dann wirst du frustriert. Wie viel besser ist es also, von Anfang an schon zu kommunizieren, hey, wir sind wirklich auf Augenhöhe und das beweise ich, indem ich dich nicht anders behandle, wie meinen besten Kumpel. Klar habe ich an dir auch Interesse, romantisches Interesse, aber das heißt nicht, dass wir denken immer, romantisches Interesse bedeutet, ich muss mir ganz, ganz, ganz viel extra Mühe geben. Das ist nicht dasselbe. Du kannst dir exakt dieselbe Menge an Mühe geben bei einem guten Freund, bei einer Arbeitskollegin, Arbeitskollegen oder bei einer Frau, an der du ein romantisches Interesse hast. Der Unterschied ist dein romantisches Interesse. Das ist der Unterschied. Es ist nicht die Menge an Energie, die du da reinbringst. Und diesen Fehler machen wir, weil wir denken, Interesse verhält sich zu Energieaufwand. Ist nicht so. Du kannst sogar im Gegenteil mit deutlich weniger Energie viel mehr ihr Interesse wecken. Wir geben immer einen Tipp, einfach mal für den Anfang, wenn du bisher immer solche Probleme hattest beim Chatten und du ganz viel geschrieben hast und die Nachrichten von Frauen werden immer weniger und immer weniger, dann gehen wir einfach mal, dass du reinkommst in dieses Gefühl von, weniger ist mehr, geben wir auf den Tipp, schreib einfach mal weniger als sie. Egal wie viel von ihr kommt, zwing dich dazu, dass deine Antwort weniger sein wird als ihre. Das ist jetzt keine Grundregel fürs Leben. Das heißt nicht, dass du dann zwanghaft immer gucken musst, oh je, oh je, jetzt hat sie vier Wörter geschrieben, jetzt muss ich mich auf maximal drei Wörter beschränken. Natürlich nicht. Aber für den Anfang, um einfach mal so ein besseres Gefühl zu bekommen, ist das ein durchaus sinnvoller Tipp. Und es ist immer ganz witzig, wie dann die Männer total frustriert sind, wenn sie sagen, okay, jetzt hat aber die Frau nur ein Wort geschrieben, so okay oder danke. Was soll ich jetzt machen? Was ist denn kürzer als ein Wort? Ja, was ist kürzer als ein Wort? Es geht. Das ist zum Beispiel ein Buchstabe oder ein Emoji oder gar nichts. Es geht. Wenn du schon in so einem Chatverlauf bist, wo du dir seit Wochen Mühe gibst und ihre Antworten immer kürzer wurden, du, dann kann es aber auch ganz einfach sein, und dann sind die Chancen, oh, du, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Deswegen sagen wir, diese Kommunikation, diese Erwartungshaltung, hey, ich begegne dir auf Augenhöhe, die muss von Anfang an einfach da sein. Von Anfang an, dass du dich ganz normal mit ihr beim Schreiben so verhältst, wie auch in Person. Da gibt sich keiner mehr Mühe als der andere. Du kannst durchaus dein Interesse zeigen, aber verwechsel das nicht mit der Menge an Energie, die du da reinsteckst. Ja, Dominik? Ja, sie antworten ja auch dann die Mädels dann in diesem Fall einfach auch sehr viel später, wenn überhaupt, also auch da mal so drei Tage später. Und da kommt oftmals so eine Frustration von den Männern, die dann auch manchmal so anfangen, Detektiv zu spielen. Und da bist du einfach auch schon als Mensch in den Brunnen gefallen, das Kind, das in den Brunnen gefallen ist. Wenn du schon Detektiv spielst und ihr virtuell hinterherstalkst, indem du sagst, ja, aber ich weiß, dass sie online war gestern, aber sie hat mir noch nicht darauf geantwortet. Was soll denn das? Was soll ich jetzt darüber denken? Ja, ja, ganz schlimm, ja. Das ist halt so Verantwortung abgeben. Du möchtest etwas von ihr und du bist böse auf sie, dass sie das nicht erfüllt, was du von ihr möchtest. Aber es ist ja dein Wollen, dein Druck auf sie, der sie dazu bringt, dass sie sich immer mehr von dir verabschiedet. Ja, einen Schritt zurück macht, ja. Und sie ist einfach nur noch freundlich zu dir und möchte vielleicht sogar irgendwie noch Schaden begrenzen, indem sie dann drei Tage später auf deine Nachricht antwortet. Und du siehst dann das als Problem, dass sie dann irgendwie unfreundlich ist und dass sie doof ist und dich gar nicht verdient hat und so weiter. Und dann bist du halt so sehr trotzig in diesem Moment. Kennen wir alles. Also ich spreche da aus Erfahrung von mir damals, so von vor über zehn Jahren. Ich habe genauso gedacht. Und das führt halt zu nichts. Das führt halt nicht zu dem, was du eigentlich willst. Das führt nicht zu dem, dass du mehr Frauen in deinem Leben hast, dass du mehr datest. Das führt genau zu dem Gegenteil. Das heißt, diese Strategie kann einfach nicht funktionieren. Das heißt, dein Denken kann so nicht funktionieren. Was vielleicht viel besser funktioniert, ist zu sehen, okay, vielleicht wollte ich zu viel. Und mit zu viel wollen meine ich nicht irgendwie, dass du kein romantisches, sexuelles Interesse an Frauen haben solltest und darfst. Sondern zu viel wollen ist zu viel Druck aufbauen. Zu viel Druck auf sie. Also du willst, anstatt zu geben. Und jetzt haben wir zum Beispiel ganz oft über den ersten Satz beim Anschreiben, gerade gesprochen. Und wir hatten das jetzt auch gerade heute in unserer Facebook-Gruppe, als einer der Männer seinen Chat gepostet hat, hochgeladen hat. Und der ging über vier, fünf Zeilen, so das erste Anschreiben. Die haben sich anscheinend am Abend vorher kennengelernt. Und sie hat dann freundlich darauf geantwortet. Aber was wäre ein besseres Anschreiben? Das wäre vielleicht einfach so, es ging darum irgendwie aus dem Kontext heraus, die haben sich am Abend vorher kennengelernt und er wollte ihr schreiben. Wie war es? Hat es dir gefallen? Und so weiter. Und die bessere Nachricht, anstatt fünf Zeilen zu schreiben, ist, als würdest du deinen besten Kumpel schreiben. Yo, wie war es? Mehr nicht. Und jetzt wirst du vielleicht denken, ja, aber dann weiß sie ja gar nicht, ich will ja gar nicht mit ihr befreundet sein, dann weiß sie ja gar nicht, dass ich Interesse an ihr habe. Genau. Und? Das sind wir genau bei dem Punkt. Die Menge an Energie, die du reinsteckst, ist nicht gleich das Signal für Interesse. Das ist ein Aberglaube. Das ist einfach nicht so. Mit weniger ist mehr, erzeugst du mehr Interesse und kannst du dein Interesse auch viel mehr kommunizieren. Weil Interesse, Anziehung, geht immer dann von A nach B, wenn ein Vakuum entsteht. Deswegen redet man so viel von Augenkontakt halten. Oh, ein Mann sollte Augenkontakt halten können. Alle Poster, die du jemals gesehen hast, von Liebesfilmen, wenn du irgendeinen Liebesfilm googelst, dann wirst du zu 90% ein Bild vor dir sehen, wo eine Frau einen Mann anguckt und sie kurz vor dem Kuss sind, aber sie sich nicht küssen. Dieser Moment, das ist der Moment, wo es knistert in der Luft. Das ist Anziehung. Und das ist ein Augenblick, wo niemand etwas sagt, wo der Augenkontakt gehalten wird. Weniger ist mehr, herrscht dort. Du siehst nicht den Moment, wo er plappert und plappert und plappert und sie deswegen sagt, wow, er plappert so viel, der muss mich ja echt mögen. Das ist keine Anziehung. Das ist ein Trugschluss. Ja, Dominik. Gold, richtig. Das ist dieser, auch, hast du ja auch ein Video darüber gemacht, der Nicht-Kuss-Kuss-Moment. Genau dieses, diese Spannung, das Knistern in der Luft, das ist eine nonverbale Energie, die transportiert wird. Und wir, also ich bin ja großer Fan, also weil wir jetzt auch gerade beim Geben und Nehmen waren, bei dieser Analogie. Und weil du ja glaube ich auch, oder weil du ja auch wahrscheinlich glaubst, okay, wenn ich ihr Interesse signalisiere und zeige, dass ich mich dafür interessiere, wie es für sie gestern war, und wenn ich ihr schreibe, na, wie war es gestern, hattest du noch Spaß mit der, mit der, mit der Jessica, habt ihr noch, habt ihr noch euren Sangria getrunken, den ihr unbedingt heute, gestern Abend trinken wolltet und so weiter. So ganz viele Details. Dann glaubst du ja, okay, ich zeige ihr Interesse, indem ich ihr ganz viel gebe und ich gebe und gebe und gebe und dann kommt von ihr so wenig zurück. Muss ich denn noch mehr geben? Anscheinend funktioniert geben nicht und so weiter. Aber was du tust, ist nicht geben, sondern dadurch, dass du so viel Interesse zeigst, in Anführungszeichen, du zeigst eigentlich gar kein Interesse, weil die Frage ist, die du dir stellen darfst, ist, interessiert dich das wirklich? Interessiert dich das, ob Sabrina und Jessica gestern Abend schönen Abend hatten, ob sie noch ihren Sangria getrunken haben oder ob sie noch gut mit dem Taxi nach Hause gekommen sind? Interessiert dich das wirklich? Und jetzt auf der oberflächlichen Ebene wirst du sagen, ja natürlich, ich möchte doch, dass es hier gut geht und jetzt lassen wir diese oberflächliche Ebene mal weg. Schön und gut, dass du das denkst. Aber wirklich, interessiert dich das wirklich, wenn du sie anschreibst? Ich glaube nicht. Und das ist vollkommen okay, dass dich das nicht interessiert. Wenn Andi und ich abends noch irgendwo zusammen in der Bar sind und wir gehen dann in verschiedene Richtungen, dann schreibe ich eben nicht am nächsten Morgen, oh Andi, bist du noch gut nach Hause gekommen? Hattest du noch ein cooles Gespräch mit dem Taxifahrer? Nee. Ich schreibe Andi am nächsten Tag, ja, lass mal heute Podcast machen. Unsere Freundschaft leidet aber auch ganz schön. weil du das nicht glaubst. Ja, das stimmt. Ich könnte mich wieder mehr bemühen, ne? Ja. Viel mehr, viel längere Nachrichten schreiben, würde ich mich gewertschätzen fühlen. Übrigens, du schuldest mir noch 43 Cent für den Kaugummi, den ich die letzte Woche ausgegeben habe. Okay, gut. Aber hey, dann teilen wir jetzt anscheinend alles. Okay, gut. Dann werden wir alle Rechnungen splitten am sofort. Kannst vergessen mit der Affäre. Wird nichts mehr draus. Das Thema ist ja bei dem Geben, bei dem Nehmen ist ja, dass du halt nicht wirklich gibst. Du gibst ihr eine Form von Aufmerksamkeit, aber eigentlich möchtest du etwas nehmen, weil du glaubst, du müsstest ein Interesse heucheln, dass du dich halt für ihre Taxifahrt nach Hause interessierst. Aber was du eigentlich möchtest, ist, dass sie antwortet, dass sie dir antwortet, dass sie das Gespräch aufrechterhält. Du gibst deine Verantwortung ab. Aber deswegen bin ich halt so großer Fan von zum Beispiel Clickbait. Also wenn ich eine Frau kennenlerne am Abend vorher und ich schreibe ihr am nächsten Tag, dann schreibe ich irgendwas Clickbaitiges. Irgendwas, was Emotionen und Neugier erweckt. Sowas wie, boah, das war ganz schön peinlich gestern. Oder boah, du warst ganz schön peinlich gestern. Punkt und Punkt. Und jetzt werdet ihr alles das klauen und sowas und probiert das aus. Alles gut. Aber was sorgt das? Für was sorgt das? Das sorgt dafür, dass sie dann das liest und denkt so, hä, was hab ich denn gemacht? Ha, ha, ha. Oder sowas. Irgendwas da in die Richtung schreibt. Aber das sorgt, dass es wirklich geben, weil du eine Emotion in ihr hervorrufst, erzeugst. Eine Emotion von Neugier. Oh Gott, was meint er? Jetzt bin ich, jetzt bin ich interessiert an diesem Gespräch. Statt einfach so, hey, na, wie war es gestern Abend? Da will ich die Antwort von ihr. Aber indem ich ihr zum Beispiel sowas sage, boah, du warst gestern ganz schön peinlich. Punkt, Punkt. Ist sie halt so, okay, was hab ich gemacht? Er hat mehr Infos als ich. Ich muss was erfahren hier von ihm. Das heißt, ich sorge für einen Sog an dieser Stelle. Und das ist entsprechend genau der emotionale Wert, von dem wir hier so oft sprechen. Das ist nicht irgendwie eine butterweiche, warme Umgebung schaffen, sondern Augenhöhe, Spaß miteinander haben, sich selbst auf den Arm nehmen können. Das alles ist super attraktiv, super interessant. Also nicht nur für Frauen, sondern Menschen generell. Ja, nicht nur sich selber auf den Arm nehmen, sondern auch sie auf den Arm nehmen können. Guck mal, wenn du sie gestern kennengelernt hast, egal wo, sei es so eine Abendveranstaltung oder beim Sport machen, sagen wir, du warst Radfahren und auf der Radfahrerstrecke, du hast sie schon mal gesehen und diesmal habt ihr irgendwo, habt ihr, als ihr Wasser getrunken habt, miteinander kurz gesprochen. Cool. Und diesmal habt ihr vielleicht Nummern ausgetauscht. Hervorragend. So, wenn ihr jetzt miteinander schreibt, dann, du hast Interesse an ihr, du möchtest gerne zeigen, dass du Interesse hast, du willst es ernst angehen. Okay, wunderbar. So, Fehler Nummer eins, die Fehlerquelle, die wollen wir jetzt schon mal eliminieren. Du musst nicht den Energieaufwand gleichsetzen mit Interesse. Das musst du nicht tun. Das heißt, du musst nicht super viel schreiben. Alles klar, das wissen wir jetzt. Was noch? Worum geht das jetzt? Ja, okay, schreibe ich jetzt einfach nur, na, alles klar? Könntest du? Okay. Und dann sagt sie, jo, alles klar. Hm, wie geht es jetzt weiter? Und die Antwort ist, es geht bei so einem Kennenlernen nicht um einen Informationsaustausch. Dieser Informationsaustausch hat nur einen Zweck und das ist das Transportieren von Gefühlen. Du möchtest ja du möchtest ja sie fühlen lernen, nicht nur kennenlernen. Im besten Falle wollt ihr beide ja auch eine intime Beziehung miteinander entwickeln. Das heißt, miteinander schlafen und das sind Gefühle par excellence. Da schlaft ihr miteinander, habt ihr ein ganzes Orchester an wunderschönen Gefühlen, während ihr in der Kiste seid. Das ist was unglaublich Schönes. Auf dem Weg zu dieser romantischen Verbindung, zu diesem intimen Moment, da darf es nicht an Gefühlen fehlen. Es ist ein Aufbau von Gefühlen, was zu diesem Orgasmus an Gefühlen führt. Und die meisten haben Angst davor. Die meisten sagen, oh, nee, 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 ich will nicht zu weit vorgreifen, ich will nicht übergriffig sein, ich möchte nicht irgendwie den Fehler machen und den falschen Eindruck erwecken. Also bin ich freundlich und dann wunderst du dich, wenn ihr nur Freunde werdet. Ja, finde den Fehler. Das heißt, wir wollen von Anfang an schon eine Sprache an den Tag legen, die diese platonische Freundschaft maximal verhindert, wenn wir das nicht wollen. Indem wir von Anfang an schon so mit ihr kommunizieren, wie wir ja auch eine Beziehung auf Augenhöhe haben möchten. Und das bedeutet, wir wollen von Anfang an auch Gefühle initiieren. Ja, was Dominik gerade als Beispiel gebracht hat, das war ja peinlich, das ist ein Gefühl. Ja, das nennen wir emotional wertige Sprache. Weil bei ihr kommt jetzt eine Information an, ein Satz, oh, das war ja peinlich, aber da drin steckt die Implikation eines Gefühls. Oh, peinlich. Warum denn? Warum war das peinlich? Es ist aufregend, es ist spannend, es ist interessant. Es gibt noch viel mehr. Du kannst ja das Gespräch mit ihr auch durchaus wieder auf die informelle Ebene lenken und einfach sie kennenlernen und Fragen stellen. Sag mal, bist du eigentlich gebürtige Münsterin oder kommst du ursprünglich von woanders her? Klar, kann man das auch fragen. So lernt man sich ja ebenfalls kennen. Aber wenn ihr euch, sagen wir mal, beim Fahrradfahren kennengelernt habt, dann ist es durchaus gut, wenn immer wieder die Gefühle mit rein, wie so Salz und Pfeffer, das ist Flirten, wie Salz und Pfeffer ab und zu reingestreuselt. Ihr redet über das Fahrradfahren und sagt, hey, sehen wir uns wieder nächsten Freitag auf der Piste? Dann sagt sie, ja, ich glaube, Freitag früh. Perfekt, ich werde dich abhängen, du gewinnst nie gegen mich. Ein bisschen Gefühl mit reingestreut, ein bisschen Herausforderung. Was? Ich werde nicht gegen dich gewinnen, du wirst ja sehen, ich werde viel schneller an der oberen Amsel sein oder was weiß ich, wie der nächste Fluss da oben heißt. Und dann kannst du sagen, werden wir sehen oder niemals, Madame. Gefühle sind der Vorschritt zur Intimität. Und wenn du keine emotionale Sprache beherrschst, also flirten, dann wird es um ein viel, 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 vielfaches schwieriger sein, mit ihr zu so einem Intimpunkt zu gelangen. Ja, weil du hast einfach sie unter falsche, falsche Erwartungen gestellt, die ganze Zeit. Sie denkt dann, okay, wir sind einfach nur Freunde, einfach nur Bekannte. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie das denkt. Das ist die Sprache, die du besprochen hast. Und deswegen dürfen wir von Anfang an flirten, von Anfang an auch schon einen flirtigen Vibe, wie man im Englischen sagt, an den Tag legen und Emotionen rüberbringen. Ja, die Frage auch, die hast du vorhin aufgebracht, Dominik, die fand ich interessant, ist dieses Ich möchte ja hier etwas geben. Und wir sprechen ja ständig davon, ein Geber zu sein, gute Gefühle geben zu wollen. Ein Mann, der Frauen ein Geschenk sein will, der wird von Frauen geliebt. Alles wahr. Aber wir sprechen auch von emotionaler Unabhängigkeit. Und zu geben und gleichzeitig dann aber auch eine Reaktion zu wollen, sprich, ich schreibe einen halben Monolog, ich schreibe einen Liebesbrief im Grunde genommen, ganz, ganz, ganz viel Text. Na hey, wie war es gestern? Habt ihr noch dies und das gefunden? Ich hoffe, sie ist gut angekommen, bla, 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 bla. So, dann habe ich ganz viel gegeben, aber was hast du denn getan? Du hast nicht gegeben, um zu geben. Das war nicht emotional unabhängig. Du hast eine Reaktion erwartet. Du wolltest, dass sie darauf genauso viel antwortet. Wahrscheinlich auch noch wegen dem Trugschluss. Wenn sie dann so viel antwortet, hat sie ebenfalls Interesse an mir, weil nur Menschen, die extrem lange Liebesbriefe schreiben und Romane, lieben einander. Das ist nicht wahr. Die Erwartungshaltung sorgt dafür, dass sie Abstand nimmt. Es ist die emotionale Abhängigkeit, vor der sie Abstand nehmen muss. Das ist weder angenehm noch attraktiv. Was ist aber wirklich ein Geschenk? Ein Geschenk ist, jetzt haben wir das schon geklärt, durchaus, weniger ist mehr. Und sind denn Fragen immer ein Geschenk? Wenn ich immer frage, wie war es denn gestern? Dann erwarte ich ja von ihr mehr als nur einen Satz. Weil wenn ich frage, wie war es? Das ist ein Satz. Ja? Okay? Wie war es? Aber ich erwarte von ihr eine Erklärung, eine Geschichte. Oder wenn sie einfach nur gut schreibt, dann bin ich wieder am selben Punkt. Mist. Ich habe den Ball nicht ins Rollen bekommen. Das heißt, ich erwarte von ihr, dass sie sich mehr Mühe gibt als ich, wenn ich wie war es schreibe. Auch nicht unbedingt auf Augenhöhe. Ich sage nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit gucken sollen, wie viel investiere ich, wie viel investiert sie. Wobei das am Anfang wahrscheinlich passieren wird, dass du ein bisschen, dass du so eine kleine paranoide Phase entwickeln wirst. Hatte ich, ich weiß, dass ich das auf jeden Fall hatte. Aber sich einfach nur bewusst zu machen, bin ich denn jemand, der hier gerade wirklich gibt oder erwarte ich einfach nur auf ganze Länge? weil wenn du wirklich gibst, dann gibst du Emotionen und das ist der Punkt. Weil du kannst fragen, na wie war es und das ist wenig und dann erwartest du etwas zurück von ihr oder so, keine Ahnung, wenn ihr euch beim Fahrradfahren kennengelernt habt, dann kannst du fragen, bist du noch hingefallen oder musste der Krankenwagen nicht aufsammeln? Dann stellst du ebenfalls eine Frage, aber die ist emotional wertig. Da steckt ein Flirt schon drin und da ist nicht die Erwartungshaltung, hey, gib du dir bitte alle Mühe auf der Welt, weil ich bin faul oder ich weiß nicht, wie man flirtet, aber da ist auch nicht dieser riesen Monolog, wo du dir die ganze Mühe gibst und sie sich dann keine Mühe mehr geben muss. Es ist mehr ein Austausch von Emotionen, es ist auf Augenhöhe, weil du übrigens einen Witz da stecken Emotionen drin, da hast du dir ein bisschen was überlegt, cool und sie kann darauf antworten, entweder indem sie zurück flirtet oder indem sie nicht alle können so gut flirten. Das heißt, dann kommt auch öfters von einer Frau einfach so, was, nein, 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 mir geht es gut, ich bin noch heile nach Hause gekommen, haha. Wunderbar, ist auch schön. Dann hat sie sich ebenfalls Mühe gegeben, wusste zwar nicht, wie sie flirtig darauf antworten soll, aber das muss sie auch nicht. Die Männer bei uns in der Flirtmasterclass, die fangen nach einer kurzen Weile schon an, so gut mit Frauen zu flirten, dass nicht alle Frauen mithalten können und ich warne da immer davor, weil das ist auch nicht das Ziel, dass die ganze Welt die ganze Zeit diesen hohen Anspruch an Flirten aufrechterhalten kann. Es ist toll, wenn du zu einem Flirtmeister wirst. Das ist eine unglaublich krasse Fähigkeit, mit der du dein Leben lang wie Fahrradfahren was niemals vergessen wirst. Das ist sehr wertvoll, aber erwarte nicht, dass alle auf der Welt und alle Frauen so gut flirten können. Das Tolle ist, wenn du das kannst, dann kannst du den Level einfach immer anpassen, so wie es gerade nötig ist. Wenn sie ein bisschen schüchterner ist, dann brauchst du auch nicht so aggressiv zu flirten, dann reicht es ein bisschen, wie gesagt, Prise Salz, Prise Pfeffer und dann ist das Gericht perfekt. Aber wenn wir das ganz sein lassen, dann haben wir ein Problem. Ja, es ist unglaublich, wie schlecht tatsächlich im deutschsprachigen Raum tatsächlich geflirtet wird und wir sagen den Männern im Coaching daher auch immer ganz gerne. Wenn du das hier lernst, wenn du das Flirten lernst, dann gehörst du zu den ein Prozent der Männern im deutschsprachigen Raum, die wirklich flirten können. Und du brauchst nur ein Prozent davon anwenden, um richtig gut zu sein, um einen spürbaren Unterschied in deinem Leben zu haben. Und diese Fähigkeit, die ist so stark, so faszinierend, dass Menschen, das merken die Teilnehmer, wenn sie das wirklich anwenden und wenn sie anwenden, damit auch gleichzeitig unabhängig zu sein, dann melden sich die Mädels bei ihnen, dann schreiben die Mädels plötzlich so lange Texte, obwohl sie einfach nur Jo, wie war's schreiben und dann kommt ein langer Text zurück und dann erklären sie, wie sie mit Sabrina und Jessica gestern noch ihren Sangria im Taxi getrunken haben und so weiter. So, dann erzählen sie das alles von sich aus, weil du im Vorfeld schon die Unabhängigkeit ausstrahlst und im Vorfeld sie auch schon dann entsprechend flirtig kennengelernt hast. Und diese Fähigkeit, die ist so selten, um das nochmal zu wiederholen, die ist so selten im deutschsprachigen Raum, dass wenn du sie anwendest, du direkt zu den 1% der Männern gehörst, die flirten können und die einen massiven Unterschied in ihrem sozialen Bereich, in ihrem romantischen Bereich haben werden. Ja, genau, zu 1% der Männer zu gehören. Und dazu fehlt nicht viel, weil das meiste steckt schon längst in dir, das haben wir nur verlernt. Weil wir alle konnten mal dieses leichtherzige, flirtige Sprechen. Wir haben uns dann aber irgendwann von der Außenwelt sagen lassen, dass wir das nicht dürfen, dass wir nicht gut genug sind, dass die anderen besser sind, dass wir, naja, einfach auch nicht diese Frauen anziehen, die wir wirklich möchten, weil sie uns nicht wollen und haben tausend Gründe gefunden, wieso wir nicht mehr flirten können beziehungsweise warum wir uns anders verhalten müssen, als es wirklich funktioniert. Da sind viele Gründe, die da reinspielen, aber ich möchte dir, mein Lieber, hier einfach ein Geschenk machen, weil dieses Nicht-Können des Flirtens, das ist ein Zustand, der nicht deiner Natur entspricht. Und ich würde sehr gerne diesen natürlichen Zustand wiederherstellen, dass du flirten kannst, damit du voller Leichtigkeit auch mit Frauen reden kannst. Damit du das kannst, solltest du aber auch wissen, hey, wie flirte ich denn? Was ist denn mein Flirt-Typ? Wie kann ich denn mit Frauen so kommunizieren, dass ich mich nicht verstelle? Dass sie mich so wahrnimmt, wie ich wirklich bin und wie ich mich auch fühle? Und das ist dein Flirt-Typ. Das bedeutet, was wir machen, ist, wir ermöglichen euch, wir ermöglichen dir, eine kostenlose Flirt-Typ und Charisma-Analyse. Das heißt, ein Gespräch, in dem wir uns ein, zwei Stunden mit dir hinsetzen und einmal ganz genau deine Vergangenheit, deine aktuelle Situation, deine Ist-Situation und auch deine Ziele anschauen, damit wir ein gutes Bild davon haben und die blinden Flecken ebenfalls erkennen, die du vielleicht noch nicht gesehen hast, was du gut kannst und was du noch nicht gut kannst bzw. womit du jetzt schon bei Frauen punktest, aber was dir noch gar nicht bewusst ist. Und das schauen wir uns an, geben dir dort dein Charisma-Potenzial und geben dir deinen Flirt-Typ mit und dann wirst du erfahren, wie du in den nächsten 10, 20 Wochen zu dem Mann und zu den Erfahrungen gelangst, die du dir immer gewünscht hast. Diesen Leitfaden gebe ich dir sehr gerne mit, das ist eine kostenlose Analyse, kostenloses Gespräch. Diese kostenlose Flirt-Typ und Charisma-Analyse findest du, wenn du auf www.flirtanalyse.de gehst und dann schau dir einfach das Video auf dieser Seite an, das erklärt dir diesen kompletten Prozess. Du erfährst, wie diese Charisma-Analyse abläuft und dann wirst du glücklicher. So, und jetzt wollen wir uns natürlich auch noch den Grund für das ganze Problem anschauen, denn wie so oft liegt das an einem Begriff, den wir auch schon öfters thematisiert haben und der die Wurzel dieses Übels ist, warum du dich so verhältst beim Chatten und beim Flirten, beim Sprechen mit Frauen in Person. Es ist der Begriff Selbstwert. Es ist einfach die Wurzel von allem Übel, aber auch von allem Guten im Leben. Und dieser dieser lange Text, den du zu Beginn schreibst oder auch immer wieder im Bereich, wenn du halt mit dem Mädel schreibst und dir den Kopf darüber zerbrichst, was kann ich jetzt schreiben, damit sie auch so viel investiert wie ich, damit sie auf jeden Fall antwortet. Wie kann ich jetzt schreiben, damit es flirtig und spaßig klingt und so weiter. All das ist Denken und Denken ist nicht, du brauchst nicht denken. Das ist meine große Message an dich gerade. Denken in der Kommunikation, in der spaßigen, leichtherzigen, flirtigen Kommunikation mit Frauen oder mit Menschen generell führt dazu, dass du nicht flirtig bist. Das führt zu mehr Stress und Stress ist das Gegenteil von genau dem, was wir brauchen, Leichtigkeit. Aber warum denken wir denn so viel? Warum glauben wir darauf, zurückgreifen zu müssen? Weil wir irgendwann gelernt haben, dass wir einfach so wie wir sind, spaßig und leichtherzig als Kind nicht gut genug sind und dass wir unsere Probleme durch Denken lösen müssen. Wir haben eine Matheaufgabe, bekommen und haben dann gemerkt, dass wir denken, um sie zu lösen und dadurch Aufmerksamkeit und Liebe und Zuneigung und gute Noten und Leistung, gute Leistung bekommen und dadurch noch mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, wir haben gelernt, unsere Probleme zu zerdenken. Entsprechend die Probleme, die sich nicht mit dem Denken lösen lassen. Mehr zu denken, stärker nachzudenken, einen besseren Satz zu finden, einen besseren Satz zu schreiben und jetzt bewusst mal kürzer zu schreiben und so weiter, dich dazu zu zwingen, führt dazu, dass du halt noch mehr denkst. Du denkst dann noch mehr, das kürzer, weniger zu schreiben, das funktioniert. Absolut. Das funktioniert aber nur und auch den Satz, den ich am Anfang gegeben habe, dieser Clickbait, diese Clickbait-Gesprächseröffnung. Das funktioniert aber nur dann, wenn du völlig okay damit bist, dass sie nicht antwortet. Sobald du nämlich nicht okay damit bist, denkst du wieder und dann versuchst du wieder, Kontrolle zu erreichen. Und diese Kontrolle, die du erreichen möchtest, ist der Untergang, ist genau das, was du halt nicht haben möchtest. Das führt zu, sie antwortet dir nicht. Du willst noch mehr nachkontrollieren und wirst dann noch gestresster, noch von mir aus ängstlicher oder aggressiver oder wütender auf Frauen, auf die Frauenwelt und so weiter. Und all das einfach nur, weil du nicht gelernt hast, loszulassen. Weil dein Selbstwert dir ursprünglich sagt, auf der fundamentalsten Ebene, sagt es dir, so wie du bist, bist du nicht liebenswert. So wie du bist, bist du nicht gut genug. Deswegen streng dich an. Streng dich an. Finde einen richtig guten Satz für diese Frau, damit sie dir antwortet. Weil wenn sie dir antwortet, dann gebe ich dir ein bisschen Dopamin, dann fühlst du dich gut. Aber wenn sie dir antwortet, dann ist das das erste Zeichen dafür, dass du vielleicht doch liebenswert sein könntest. Und dieses Zeichen, das du bekommst, dass sie dir antwortet und dass du vielleicht doch liebenswert sein könntest, das sorgt dafür, dass du es nochmal weiter versuchst. Weil das ist eine Bestätigung für genau dieses Verhalten. Bestätigung dafür, dass du dich noch mehr anstrengen musst, noch mehr nachdenken musst, den besten Satz finden musst, den besten Spruch haben musst, damit sie auf dich reagiert. Damit du noch mehr zerdenken musst. Und je mehr du zerdenkst, desto weniger aber wirst du diese Erfolge haben. Weil dann bist du entsprechend viel Drogensüchtiger. Du hast dann gemerkt, so einerseits an einem Tag, so die Annika, die schreibt dir zurück, weil du Sachen zerdenkt hast, zerdacht hast. Und am nächsten Tag schreibt sie dir nicht mehr zurück. Aber dabei hast du doch wieder deine Nachricht, die du an sie gesendet hast, zerdacht. Wie kann es denn sein, dass die jetzt nicht zurückschreit oder nach drei Tagen erst. Du musst besser zerdenken. Du musst noch einen besseren Weg finden. Und all das einfach nur, weil die Prämisse von vornherein die falsche ist. Die Prämisse, dass du etwas tun musst, um deinen Wert als Mensch, deinen Liebenswert als Mensch, das ist kein Wort, aber damit du Liebenswert als Mensch wahrgenommen wirst oder dich fühlst als Liebenswert, dass du den bekommst, diese Bestätigung bekommst, weil du etwas zerdacht hast, weil du ganz viel dafür getan hast, weil du Leistung aufgebracht hast. Rationale Leistung für eine Emotion. Und das führt nicht zu einer emotionalen Verbindung. Das führt eher zu emotionaler Distanz. Und was du halt stattdessen lernen darfst, und das machen wir mit dir bei uns im Coaching, du lernst loszulassen. Du lernst, dass du Frauen, dass du nicht ihre Aufmerksamkeit brauchst, sondern dass du generell attraktiv und interessant für Frauen bist. Nicht nur für die eine. Weil das Ding ist, wenn du dich auf diese eine Frau konzentrierst, dann wirst du deine gesamte Energie auf sie wälzen, auf sie drücken. Und sie wird keine andere Möglichkeit haben, als dem entfliehen zu wollen. Und dann stehst du da am Ende des Tages und denkst dir, aber ich habe ihr doch so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Wie kann es denn sein, dass sie jetzt plötzlich sich nicht mehr meldet? Das ist ja voll unfair. Aber wenn du mal in der Situation warst, wo du vielleicht mal eine Frau kennengelernt hast, die du nicht so ganz toll fandest, die einfach nicht dein Typ war und sie hat dich mit Aufmerksamkeit überschüttet und du hast dann wahrscheinlich, wie es dann vielen Männern geht, einfach dann gedacht, okay, ja, dann fange ich einfach mal was mit ihr an und hast dich halt aber auch nicht gut gefühlt damit, weil sie nicht dein Typ war und weil sie dich gleichzeitig auch mit Aufmerksamkeit überwältigt hat, dann hat sich das nicht gut angefühlt. Du wolltest eigentlich weg. Und das ist alles selbstwert. Das ist alles der Punkt, dass du denkst, du bist ja nichts anderes wert. Du musst einfach Frauen haben. Du bist es nur wert, Frauen in deinem Leben zu haben, auf die du nicht stehst, die du nicht toll findest. und die Frauen, die du interessant findest, die werden niemals auf dich stehen. Da kannst du tun, was du willst. Anscheinend funktioniert es ja nicht, obwohl du dich ja auch so anstrengst. Aber gerade das Anstrengen, das Mehrtun, das Mehrwollen, das ist ein universelles Gesetz. Je mehr wir etwas wollen, je mehr wir verkrampft an unserem Ziel sind, desto wahrscheinlicher werden wir es nicht erreichen. Und das ist so paradox, das ist so nicht, das verstehen wir oft nicht als Mensch, weil wie kann das denn sein? Ich verbeiße mich doch in mein Ziel wie ein Pitbull, da muss ich das doch erreichen. Aber dadurch sind wir blind, haben Scheuklappen auf für all die Möglichkeiten, für die anderen Wege, für die Ziele, die vielleicht sogar besser für uns sind oder auch entsprechend für die Wege zu dem Ziel, die leichter gehen. Und wir verbeißen uns dann nicht unbedingt nur in das Ziel, sondern auch in den Weg, wie wir das Ziel erreichen. So, unser Ziel ist dann, die Jasmin zu verführen. Dabei sehen wir gar nicht, dass Lena und Sarah eigentlich auch ganz tolle Mädels sind und vielleicht sogar noch besser zu uns passen. Aber wir haben uns so halt so in die Jasmin verbissen. Und das ist, ich habe das schon mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, aber das fasst das so geil zusammen. Deswegen wiederhole ich das hier nochmal. In den 1980er Jahren haben Sportwissenschaftler einige Sportler interviewt, die Rekorde gebrochen haben. Und die haben herausgefunden, dass die Sportler die Rekorde dann gebrochen haben, wenn es ihnen egal war, dass sie Rekorde gebrochen haben. Wenn sie aber auf dem Platz erschienen sind, um die Rekorde zu brechen, haben sie in den meisten Fällen den Rekord nicht brechen können. Warum? Weil sie zu viele Muskeln benutzt haben. Sie waren zu angestrengt. Sie wollten das zu sehr. Und wenn wir etwas zu sehr wollen, spannen wir auch körperlich zu viele Muskeln an. Und das sorgt dafür, dass wir unser Ziel nicht erreichen. Wir sind dann zu rigide. Das ist halt so wie ein trockener Ast. Der trockene Ast bricht. Du musst flexibel sein im Leben. Der flexible Ast, der bricht nicht. Der flexible Ast, der ist Leben. Trockenheit, Starrheit, die Festigkeit, wie so ein trockener Stock zu sein. Das ist nicht Leben. Flexibel sein ist Leben. Flexibel sein ist Leichtigkeit. Und das ist Spaß und Freude. Ja, das erinnert mich, mir fällt gerade ein morbides Beispiel ein, aber es erinnert mich gerade daran, das ist die Parallele, dass es immer so traurig ist, wenn ein betrunkener Fahrer in irgendeinem Autounfall andere mit in den Tod reißt, beziehungsweise nicht mit in den Tod reißt, sondern es gibt einen Unfall, dann ist schon erstaunlich, wie häufig der betrunkene Fahrer überlebt, aber die Beifahrer nicht oder die anderen Insassen. Ja, das liegt daran, dass alle anderen noch bei vollem Bewusstsein sind und dann total verkrampfen, wenn kurz vor dem Auffall aufprallt und der Fahrer ist so betrunken, der bleibt flexibel, besoffen, irgendwie in irgendeiner flachsigen Körperhaltung. Absolut. Und wie du gesagt hast, das schützt dann. Es ist verrückt, es ist verrückt. Es gibt ja auch dazu die Stimmung gerade mal auch zum gleichen Thema in eine andere Richtung zu ziehen. In How I Met Your Mother haben die ja damals das Spiel gespielt, war ich betrunken oder Kind? Und dann waren das so Geschichten, wie sie sich verletzt haben, weil sie vom Dach gesprungen sind oder sowas. Und dann hat die Gruppe dann immer raten müssen, ob derjenige, wie der es gerade erzählt, das betrunken oder Kind war. Und völlig egal, was der Outcome davon war, aber Betrunkene und Kinder haben eine Sache gemeinsam. Sie sind locker, sie sind leicht und sie spannen halt nicht dann die Muskeln an und sind rigide, sondern sie sind neugierig, jetzt die Kinder, aber durch diese Neugier sind sie flexibel und dadurch auch entsprechend mutiger und dehnbarer. Und vor allem auch so das im Kickboxen zum Beispiel, was ich damals auf die harte Tour lernen musste, ist, wenn ich mich nicht in den Schlag oder mich nicht im Schlag gestellt habe, dann hat das unglaublich weh getan. Dann habe ich immer irgendwelche Verletzungen davon getragen, aber wenn ich mich in den Schlag gelehnt habe, das heißt flexibel war, das heißt wusste, was auf mich zukommt, dann also mich entsprechend nicht davor gescheucht habe und entsprechend dadurch Muskeln angespannt habe, die ich nicht brauchte in diesem Moment, sondern präsent war in diesem Moment, hatte ich wenige Verletzungen. So diese, das Zerdenken, Hilfe, jetzt kommt ein Schlag, Hilfe, jetzt kommt ihre Absage, Hilfe, jetzt kommt ihre Abfuhr oder ihre zu nette Nachricht und was soll ich jetzt darauf antworten und so weiter. All das ist nicht flexibel sein, alles ist extrem rigide und starr sein und versuchen etwas zu erreichen, dich nicht nur in das Ziel zu verbeißen, sondern auch in den Weg zu verbeißen und wenn du den Weg wüsstest, dann wärst du ihn ja schon gegangen und du würdest ja herausfinden, dass nach einiger Zeit, dass dieser Weg nicht funktioniert, wenn du dich nicht da rein verbeißen würdest, sondern wenn du völlig okay damit wärst, herauszufinden, dass die Art und Weise, wie du es jetzt getan hast, nicht funktioniert, dann könntest du ja auch loslassen. Aber weil wir so verstarrt sind, das ist nicht deine Schuld, das ist eine Funktion unseres Unterbewusstseins, die fußt auf mangelndem Selbstwert. Und wie gesagt, das machen wir im Coaching. Da gehen wir drei Wochen, ach drei Wochen, drei Monate mit dir im Mindset Call richtig in die Tiefe. Also das ist keine Sache, die wir jetzt irgendwie über Nacht lösen oder die allein durch Bewusstsein lösbar ist, sondern das sind ja immer kleinere Schritte oder immer kleine Schritte, die dir in deinem Alltag auffallen. Beweise dafür, wo du halt denkst, irgendwie, die dir vorher nicht aufgefallen sind, ach guck mal, hier ist wieder so ein Beweis dafür, dass ich denke, dass ich das nicht wert bin. Aber unser Selbstwert bestimmt, wo wir in unserem Leben sind. Wenn du nicht den Erfolg bei Frauen hast, den du gerne hättest, egal wie alt du bist, dann schau auf deinen Selbstwert. Schau darauf, welche Glaubenssätze du hast. Schau darauf, was du dir selber einredest, wo du denkst, ich bin nicht gut genug. Und dann hast du den Weg, dann hast du den Fingerzeig. Es ist unglaublich, was dann geschehen kann. Jemand wie der Hanno, der im Coaching zum ersten Mal in seinem Leben auf eine Frau zugegangen ist. Die haben sich unterhalten, die haben miteinander gelacht, die haben ausgetauscht, wer sie sind, woher sie kommen. Und er hat sich ihre Nummer geholt und sie hat sie ihm gegeben. Also etwas, was ihm sein ganzes Leben lang noch nicht geschehen ist, dass er einfach so mit einer fremden Frau gesprochen hat und dann nach einer Nummer gefragt hat, ist jetzt einfach so normal geworden. Ja, cool. Und sie schreiben sich jetzt. Also sowas darf auch normal sein. Das muss keine Fähigkeit sein, die nur die anderen, die coolen oder wer auch immer hat. Ja, das ist auch für dich möglich und für dich viel näher, als du glaubst. So verrückt ist das ja. Deswegen, also ich glaube, glaube ich tausendmal mehr an dich, als du es zur Zeit noch an dich tust. Ja, das ist das Irre, weil ich halt immer wieder sehe, was die Männer, die zu uns kommen, wozu die imstande sind, zu was sie aufblühen und zu welchen, welchen wirklich starken, mutigen, unabhängigen Männern sie werden, die für Frauen ein Geschenk sind. Das darfst du auch. Das darfst du auch, mein Lieber. Und konträr zu dem, was du gesagt hast, auch hinzufügend, Dominik, wenn wir nicht verbissen, unbedingt auf diese Frau versessen sind, ich will unbedingt sie erobern, ich muss sie erobern, wie kann ich meine Ex zurückgewinnen oder was auch immer. Sondern wenn du einen Schritt zurück machst und locker an die Sache rangehst, genauso kannst du das Selbstbewusstsein grundsätzlich betrachten, was ja auch in so vielen verschiedenen nahöstlichen Konzepten zu finden ist, wie ja auch das, worüber in letzter Zeit sehr viel gesprochen wird, was Materialisieren angeht. Wenn du etwas materialisieren willst, also dass etwas in dein Leben kommt, ohne scheinbar irgendetwas dafür getan zu haben, weil du dir gewisse Sätze immer wieder sagst oder sowas, die Kunst des Materialisierens ist ja nichts weiter als eben nicht zu sagen, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde, weil das nicht gut funktioniert, sondern ich bin, ich bin schon, ich bin schon. Was auch immer es ist, das du haben möchtest, du sagst dir, das bin ich schon, das habe ich schon. Wer hat dir mitgegeben? Das ist die Entspanntheit. Ja, ich habe ja eh schon, ich brauche nicht mehr. Also, ich habe eine wundervolle Freundin, ich habe eine wundervolle Freundin oder ich bin total attraktiv. Ich bin schon längst total attraktiv. Ich bin total attraktiv. Ich bin mega attraktiv. Wenn du dir diese Wahrheit immer wieder erlaubst, dann kommt sie auch in dein Leben, weil sie entspannt da ist. Sie ist dann schon da und du ziehst das, was du möchtest, viel eher an, als wenn du sagst, ich muss unbedingt attraktiver werden. Was sind die Fehler, die ich mache? Ich verstehe natürlich, woher das kommt, dieser Gedanke. Ich mache zurzeit Fehler. Was sind die Fehler? Die möchte ich ausbessern. Klar. Aber was ist denn mit den ganzen Sachen, die du schon längst richtig tust? Hast du einen Blick darauf? Was ist denn mit all dem, wo Frauen jetzt schon sagen, das ist der Grund, warum mir der Martin, das ist der Grund, warum mir der Paul oder der Schia oder wer auch immer gefällt? Das ist dein jetziges Charisma, was schon längst da ist. Und wenn du nicht bewusst bist, dass es schon da ist, dann machst du es dir unglaublich schwer, natürlich, weil du hast dann in deinen Gedanken überhaupt nichts zu bieten, weil das, was du machst, machst du falsch und du hast nichts, was jetzt schon gut genug ist. Das ist ja Vollkatastrophe. Nein, ich bin schon attraktiv. Ich bin schon attraktiv. Klar darf ich an mir arbeiten, aber ich bin schon längst attraktiv. Ich bin schon längst gut genug. Sie steht auf mich. Guck mal. Dann ist auch die kleine Sache, die du ihr schreibst, ein kleiner Satz, ein kleiner Spruch, viel lockerer, leichtherziger, viel flirtiger, weil du nicht dieses, ich muss unbedingt von ihr eine Reaktion bekommen. Kann ich auch einfach mal was schreiben? Na, kleiner Bankräuber? Oh mein Gott, ein kleiner Flirt. Was soll das? Ja, das dürfen wir. Wir dürfen auch ruhig mal wieder spielen. Und das ist nichts Kindliches, nichts Peinliches oder sowas. Im Gegenteil. Mein Lieber, es ist doch viel peinlicher, dass du jetzt schon seit 10, 20, 30 Jahren immer wieder dasselbe versuchst und auf die Schnauze fällst. Das ist peinlich. Ja, also bitte. Wenn wir sehen, dass etwas nicht funktioniert, dann müssen wir die Fähigkeit haben, unser Ego beiseite zu stellen, genauso wie wir es beim Sport machen, genauso wie wir es beim Fitness machen und sagen, hey, das hier funktioniert nicht. Was mache ich denn falsch? Was könnte ich denn besser machen? Und ganz entspannt einem Leitfaden zu folgen, wie du es auch beim Sport machst, sodass du Schritt für Schritt wächst. Und nicht von einem Tag auf den anderen, weil wir wissen genau, die Ausdauer kommt nicht von heute auf morgen beim Fahrradfahren, sondern du machst einfach weiter, du machst einfach weiter, du machst einfach weiter, du vertraust darauf. Und du hast für dich ein absolut nicht verhandelbares Selbstverständnis, dass egal wie lang es dauert, du das meistern wirst. So, genauso wie du deine Gesundheit und deine Fitness meisterst und du dir sagst, ich bin es mir wert, meine Gesundheit ist es mir wert, so, okay, dann hast du gewisse Prinzipien, die dafür sorgen, dass du auch regelmäßig Sport machst. Und genauso ist es dann auch beim Flirten. Die Männer, die bei uns im Coaching sind, die wissen das. Wir haben einen extrem engen Austausch mit ihnen. Extrem eng. Du hast uns quasi in der Hosentasche jederzeit, mehrere Gespräche in der Woche, quasi jederzeit ein Austausch, digital, du kannst uns jederzeit all deine Updates schicken, du kriegst Feedback auf alles, du folgst einem Leitplan. Da ist genau die Entwicklung schon längst vorgetrampelt, die du ebenfalls gehen darfst, um dich selber zu erfahren, sodass andere Frauen dich erfahren dürfen. Eine Woche nach der anderen, das folgt diesem Leitfaden. Deswegen haben wir diese Wochen-Challenges, die sich extrem erfolgreich etabliert haben, wo die Männer sehr gut damit zurechtkommen. Mein Lieber, www.flirtanalyse.de, wenn du ebenfalls Bock hast auf diese Reise, sei sie mit uns oder auf deiner eigenen Wege. Aber als erstes solltest du dir erstmal klar machen, was sind die Fähigkeiten, die ich habe, die ich gut mache und die, die ich besser machen kann. Das ist die kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. So, www.flirtanalyse.de für deine eigene kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Und wir möchten die heutige Podcast-Folge mit einer kleinen Überraschung beenden, die dir vielleicht schon längst aufgefallen ist, aber worüber wir noch nichts gesagt haben. Und das ist, schau mal, Dominik, was auf meinem Kopf hier oben passiert. Hm, was ist da? Da ist was anders. Da ist ein Fußballfeld. Da können jetzt kleine Gnome drauf Fußball spielen. Nein, ich hatte eine Haartransplantation. Da hat man mir hier hinten kleine Haarfollikel entfernt und hier oben dahin gesetzt, wo ich schon mal Haare hatte. Und jetzt wird das eine Weile dauern. Wahrscheinlich um die 6 bis 14 Monate insgesamt, bis ich wieder so aussehe, wie ich in den allerersten YouTube-Videos ausgesehen habe. Weil wir machen das ja jetzt schon eine ganz lange Weile. Und da freue ich mich drauf, weil ich freue mich darauf, wieder ganz viel in meinen Haaren zu machen, zu spielen und zu stylen. Diese ständige selbe Frisur, die geht mir auf den Geist, den ich mein Leben lang hatte. Das heißt, ich werde auch irgendwann mal wieder meinen Bart abrasieren und coole Sachen mit meinen Haaren machen. Da freue ich mich extrem drauf. So, das ist Neues in meinem Leben passiert. Wir freuen uns nächstes Jahr auf Rasta, Andi. Korrekt. Next Level. Ja. Genau. Also, meine Lieben. Du bist es wert. Du bist jetzt schon gut genug, genauso wie du bist. Und wenn du was verbessern möchtest, dann darfst du das. Das heißt aber nicht, dass du akzeptieren musst, dass du jetzt tausend Fehler machst. Vielleicht ist die Frau, auf die du stehst, schon längst mit ihrem linken Auge auf dich gerichtet und wartet darauf, dass ihr zwei endlich auf eine andere Weise miteinander kommuniziert. flirtiger, selbstbewusster, lockerer. Und das kannst du machen, das darfst du machen. Nimm die Tipps dir zu Herzen, die du heute gelernt hast. Und auch im Sinne der Fahrtüchtigkeit, weil wir das Thema heute ebenfalls schon mal hatten, bitte, bitte, bitte war vorsichtig. Und nüchtern. Ja. Bis zum nächsten Mal.